Zum ersten Jahrestag der Ukraine-Invasion beschweren einige Politiker neulich ihre ungebrochen Unterstützung für die Ukraine. Allen voran US-Präsident Joe Biden, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Außenministerin Annalena Baerbock. Unbeeindruckt von all dem zeigt sich der bekannte deutsche Journalist Gabor Steingart. Seine überraschende Feststellung einem Gastbeitrag für Fokus, die öffentliche Unterstützung für die Ukraine erodiert. Gemisch Steingart bauen die jetzigen Slogans primär eine Nebelwand auf. Der Glaube der Freiheitskampf der Ukrainer sei selbsterklärend, ist ein Kinderglaube. Es geht um Interessen, nicht nur Gerechtigkeit. Es brauche dringend Überzeugungsarbeit, die aber fehle. Die Regierungen sind ihren Steuernzahlern, aber auch ihre Militärbediensteten, rechenschaftsschuldig über die Investitionen, die sie sich hier vornehmen und die Risiken, die sie eingehen. Wenn die Politik hier und klar bleibe, könnte der Ukraine-Krieg genauso wie übrigens einst der Vietnamkrieg an der mangelnden Unterstützung in jenen Staaten scheitern, die diesen Krieg auf westlicher Seite finanzieren. Gabor Steingart ist Herausgeber des Newsletters The Pioneer Briefing. Der gleichnamige Podcast ist Deutschlands führender Daily Podcast für Politik und Wirtschaft. Zurzeit sieht der Top-Journalist vor allem drei Gruppen, die sich gegen die Ukraine-Unterstützung zunehmend auflehnen. Die pazifistische Bewegten, Sanktionsboykotteure und die peinharten politischen Gegner der Ukraine. Und alle drei Gruppen, das macht die Entwicklung für die Ukraine so gefährlich, sind laut ihnen in den demokratischen Staaten dieser Welt zu Hause.